Was für einen Poolsauger soll man auswählen? Zur Wahl stehen zwei Arten von Poolsaugern, manuelle und automatische. Wir werden versuchen kurz auf die Vor- und Nachteile von beiden hinzuweisen. Ein Handbodensauger ist der günstigste Weg, um Verunreinigungen vom Beckenboden zu entfernen. Angeschlossen wird er direkt mit dem Skimmer an der Poolfilteranlage. Der Staubsauger ist einfach aufgebaut und besteht aus einer Bürste, einem Rohr und einem Teleskopstab. Das Absaugen erfolgt, indem die Bürste von Hand über dem Boden hin und her bewegt wird. Die Verunreinigungen werden in das Filtersystem eingesaugt. Der Vorteil ist der niedrige Preis. Es handelt sich nicht um einen Automaten. Das bedeutet, dass du ihn selbst bedienen musst. Er ist auch weniger effektiv als ein automatischer Poolsauger oder Poolroboter. Ein Handpoolsauger ist ärgerlich in der Anwendung. Die Widerstandkraft des Wassers macht es notwendig, die Bürste mit viel Kraft durch den Boden des Beckens zu führen. Eine effektive Reinigung des Schwimmbeckens erfordert daher viel Aufwand. Wasser wird auch während des Saugens angesaugt, sodass nach der Arbeit der Wasserstand im Pool aufgefüllt werden sollte. Entscheidest du dich für einen solchen Sauger, denke daran, dass du deine Zeit im Pool zum Entspannen nutzen solltest, anstatt den Poolsauger zu bedienen, oder nicht? Deshalb, es lohnt sich, den Kauf eines automatischen Poolsaugers oder Poolroboters in Betracht zu ziehen. Dieser Poolroboter ist mit einer eigenen Saugpumpe und einem eigenen Antrieb ausgestattet. So arbeitet er selbstständig und ohne Zeitverlust. Es ist daher die komfortabelste Anwendung. Einfach ins Wasser werfen, die Starttaste drücken und fertig. Automatische Poolsauger haben noch weitere wichtige Vorteile. Er hat einen eigenen Filter, sodass er keinen Anschluss an die Poolfilteranlage benötigt und diese somit nicht belastet. Darüber hinaus verbessert er die Wasserqualität, da die Saugpumpe die Wasserzirkulation im Becken verbessert und eine gleichmäßige Verteilung der Poolchemie gewährleistet. Der automatische Sauger arbeitet leise und effizient. Zudem senkt er im Gegensatz zum manuellen Poolsauger nicht nur den Wasserspiegel im Becken. Besonders empfehlenswert sind hier einige Modelle von automatischen Poolrobotern aus unserem Sortiment. Der Dolphin S100 eignet sich für Schwimmbecken bis zu einer Länge von 10 Metern. Er reinigt effektiv den Boden und die Ecken des Beckens. Einfaches Design für eine Wartung. Dolphin S100 ist mit PVC-Bürsten, ein Netzteil und 15 Meter Kabel ausgestattet. Er hat einen Filter in Form eines Korbes mit Zugang von oben. Dieser Poolsauger reinigt effektiv den Boden und die Ecken. Er betritt auch die Wände, fährt aber diese nicht hoch. Diese Funktion ist bei den Modellen S200 und S300 verfügbar. Das fortschrittlichere Modell ist der Dolphin S200, das für die Reinigung aller Arten von Schwimmbecken bis zu einer Länge von 12 Metern entwickelt wurde. Der Staubsauger reinigt und saugt effektiv den Boden, die Wände und die Wasserlinie des Pools. Alle Verunreinigungen sammeln sich im Filterkorb, der von oben leicht zugänglich ist. Der Korb kann leicht unter fließendem Wasser ausgespült werden. Es stehen zwei Typen von Filterkartuschen und zwei PVC-Bürsten zur Verfügung. Der Dolphin S200 ist mit einem mikroprozessorgesteuerten Steuerungs- und Diagnosesystem ausgestattet, das eine zuverlässige Erkennung des gesamten Bodens und der Beckenwände während des Betriebes gewährleistet. Der fortschrittlichste Poolroboter aber ist dieser Dolphin S300, der auch für die Reinigung von Schwimmbecken aller Art bis zu einer Länge von 12 Metern geeignet ist. Der Dolphin S300, wie auch der Dolphin S200, reinigt und saugt effektiv den Boden, die Wände und die Wasserlinie des Pools. Darüber hinaus werden durch die systematischen Anwendungen die meisten Unreinheiten aus dem Schwimmbad entfernt, darunter auch organische, wodurch der Einsatz von chemischen Präparaten zur Aufbereitung vom Poolwasser deutlich reduziert wird. Der S300 wird mit einem Transportwagen für den Transport und die Lagerung des Staubsaugers geliefert.